Ich habe Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese untoten Dinger. Bleib sofort stehen! Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich habe das. Ich bin wieder. F**k, ich bin wieder. Ich bin wieder. Was ist das? Was ist der Typhoon? Erneute Befragung von Patient Nummer A12, Michael Lehmann, zur verlorenen Karte von König Otto. Hallo, Michael. Wie geht's Ihnen heute? Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Ja. Sehr stark. Ja. Hallo! Ich bin Uwe Stierkopf! Ich bin im Verstand, um zu wieder von den Törben, geholfen. Zurück, Herr Hattest! Desk персонаж! Ich brauche eine weitere Position! Yeah, I think we'll go this way. Oh man, we can't go back that way. Oh man, we can't go back that way. Standen! Such a better position! Er ist da drüben! Er ist da drüben! Er ist da drüben! Der Räste ist da drüben! Dann in der drüben! Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Fuck. 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 Das war's für heute. Fuck. 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 ARD Text im Auftrag von Funk 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 Du bist wie ein blindes Worm, in deinem Weg durch den Boden. Jebter und jebter in die rotte Böse der Erde. In die schmerzen Pläse, die nicht vergessen sind. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich bin die Flachschmerzen. Ich bin die Flachschmerzen. Ich bin die Flachschmerzen. Das war's. Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.